Hallo Leute, ich spiele jetzt weiter den Fußballmanager. Ich weiß noch nicht wie lang es geht, ich muss mal gucken, aber ich glaube nicht so lag lang diesmal. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 schön gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal. 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 nach vorne. Bis zum nächsten Mal. 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 verdient. Bis zum nächsten Mal. 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 geklärt das ist ja ein weltklasse dribbling wie macht er das überhaupt aber der abwärtsspieler steht auch gold richtig klasse wie er den spielt situation gut eingeschätzt klasse pass hinein in die gefahrenzone dann hat er gut mitgespielt der torwart holt sich den ball und damit sorgt der keeper erstmal für befreiung präzise gespielt unglaublich was der für eine übersicht hat und dann dieser ball jetzt gehen sie zunehmend risiken ein hinten aber hier noch mal im glück abseits da passt mit viel übersicht gespielt ja auch mit dem stoff aber der pasta war genau so das ist jetzt der ausgleich damit ist wieder alles offen mensch was für ein stand für den neuen mann gleich im ersten spiel ein tor ja auch hier den ball da weiterleitet sofort das sieht schon gut aus und der ball kommt an und das bei der entfernung respekt ja das sieht gut aus diese flanke genauso haben sich das natürlich jetzt auch vorgestellt auch vor der halbzeit ganz wenig platz für die angreifer ein schönes langes zuspiel so jetzt geht es erstmal für eine viertel stunde in die kabinen der spielstand 2 zu 1 jetzt geht's zu wo wo dann So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Sie harmonieren wirklich gut. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball. Und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Und jetzt müssen sich die... Ja, den hätte er vielleicht auch fangen können, aber er geht auf Nummer sicher. Wählt lieber die Faustabwehr. Super gemacht. Ja, das ist natürlich das, was sich die Trainer wünschen. Kombinationsfußball gegen die Latte. Und das ist unglaublich. Das Stadion explodiert förmlich hier nach diesem Tor. Ein klasse Schuss. Unhaltbar. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Nutzt er die Chance. Und was für ein Treffer. Absolute Spitzenklasse. Und das macht er mit viel Gefühl. Und am Ende ist der Ball im Tor. Das hatten Sie sich anders vorgestellt. Eigentlich wollten Sie hier in der zweiten Halbzeit selbst in Führung gehen. Und jetzt ist es nur noch ein Torrückstand. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Das gibt eine Ecke. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Ah, wunderbar gesehen. Gute Abwehrarbeit. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Das ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Und jetzt drängen sie nach vorne. Konzentrieren sich jetzt auf die Abwehrarbeit. Und das sieht hervorragend aus. Und ganz weit nach vorne gespielt. Und der Ball kommt auch noch an. Den muss er als guter Torhüter auch haben. Guter Spielzug. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, da hatten sie die Chance. Aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Was für eine Übersicht. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange. Nur raus damit. Der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Oh, das ist noch heiß. Das ist noch heiß. Absolut spitze. Und das war gar nicht so übel gemacht. Aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Ich kann von hier oben sehen, dass sich noch eine Reihe von Spieler da am Rande der Seitenhauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, der hat das Talent. Der hat die Technik. Der weiß, wie man es macht. Flankt er jetzt. Jetzt hat er den Platz. Ja, das wird gefährlich. Er hat seinen Vorderleuten hier schon ein paar Mal die Führung gerettet. Diszipliniertes Abwehrverhalten. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Starke Halten vom Torhüter in dieser Szene, das war nicht leicht für ihn. Beinahe wäre es gelaufen. Aber der Torwart erinnert hier noch und hält seine Mannschaft im Spiel. Die Uhr tickt unerbittlich runter. Das ist ja unglaublich. Ja, in diesen Schuss musst du dich erst mal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Es werden drei Minuten nachgespielt. Technik sauber sein Kopfball spielen. Da wirft er sich dazwischen. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Ja, und damit ist der Ball erst mal weit weg von seinem Tor. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, das wird der Trainer mit ihm gut. Ja, und sie wollen jetzt natürlich unbedingt noch irgendwie das Ausgleichstor. Die Zuschauer gehen zufrieden nach Hause. Fünf Tore sieht man nicht häufig. Drei zu zwei der Endstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Super Pass. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war's, Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. 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 Klasse Zweikampfverhalten, genau richtig getimed und schon ist der Ball da. Ja, und mit dem Schuss... Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz, ja, so viel Platz, ja, so viel Platz, ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? So, ja, so viel Platz, ja, so viel Platz. Ja, so viel Platz, ja, so viel Platz. Ja, so viel Platz, ja, so viel Platz. und der passt ganz genau hören sie mal was jetzt auf den ring los ist ein wunderschöner treffer der ausgleichs treffer kam genau zum richtigen zeitpunkt denn jetzt ist alles wieder offen ja und das hat er sich ganz anders vorgestellt wenn er das talent der die technik jetzt hat er den platz riesenmöglichkeit das ist weltklasse fußball was für ein tor ja klasse direkt umgesetzt das passspiel und dann auf den freien mann das können auf diese entfernung gesehen nicht allzu viele großartiges zu spiel konzentrieren sich jetzt auf die abwehrarbeit und das sieht hervorragend aus so jetzt hat er platz so eine gelegenheit bekommt er heute nicht mehr er trifft was war denn das für ein ding und da steht heute total neben sich und der trainer sollte mal drüber nachdenken aber ich nicht raus bin so er spielt nicht vor den langen wahl der kommt auch noch genauer im strafraum da sind schon die stürmer jetzt muss er einfach flanken weltklasse unglaublich toll da hält es natürlich kein mehr auf den sitzen was für ein tor jetzt wird hier noch mal richtig spannend schaffen sie den ausgleich noch so haben sie das im training gewidt so jetzt müssen wir beide reingeben da klasse kontermöglichkeit jetzt ja der ball landet genau in den armen des torhüters erst mal raus hinten mit dem ding ja jetzt könnte sich was entwickeln ja ein schöner pass nutzer die chance nach 45 minuten steht es 3 zu 2 eine ganz verdiente halbzeit führung für die ganz klar bessere mannschaft sie war öfter am ball sie war spielbestimmt und sie hat ihre chance genießt die zweiten 45 minuten können beginnen und die zweite halbzeit läuft also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich unglaublich bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Achtung, jetzt brennt's! So, das könnte jetzt für Gefahr sorgen, wenn sie jetzt schnell umschalten von... Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, und die Fans wieder enttäuscht nach diesem schwachen Schuss. Da sieht er die Lücke. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und dann die Fingerspitzen noch an den Ball. Oh, böses Foul, das muss Freistoß geben. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Klasse, wie er den spielt. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Und der passt genau in den Knick. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. So, mindestens eine Auswechslung steht mir vor. Das scheint sich gut festzustellen, denn die Spieler haben sich da im Spielfeld 1. Doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einmal ein Platz. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Er bringt ihn rein. Der Verteidiger, der passt perfekt. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, er scheint sich ja einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ja, da sucht er die Kopfballstarken Mitspieler. Foul ganz eindeutig und auf Foul folgt Freistoß. Richtige Entscheidung. Aber jetzt müsste er tun. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt die Augen nur genau in den Winkel. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Also wenn sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen sie schon sehr optimistisch sein. Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Gute Möglichkeit zum Flanken. Und jetzt ist die Frage, können sie Weltklasse? Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen. Aber irgendwann trifft er dann doch. So wie in dieser Situation. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Weltklasse. Solche Bälle hat nicht jeder drauf. Ja, für die Abwehr kann es Probleme geben, wenn er jetzt flankt. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenhauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Ja, hier ist noch nichts, aber auch gar nichts entschieden. Aber, schau mal auf die Uhr. Es ist nicht mehr allzu lange zu spielen. Nur jetzt versucht er es mit einer Flanke. Bei denen muss er als guter Torhüter auch haben den Ball. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ja, das ist einfach so viel ab, Junge. Also Elfmeter, den haben wir. Das steht schon fest. Und hier ist nur noch die Frage, verwahrt er ihn obendrauf noch? Er konzentriert sich nochmal kurz. Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter Pfeif, die Partie ab und sie haben gewonnen. Das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr. Und Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für ihre Aufmerksamkeit daheim. Und wir essen das noch noch kurz. Wir machen das hier. Ja, und dann어나さいe uns dieookedü jako. Wir machen das hier. Und wir machen das hier. Genau. Vielen Dank. 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 Ja, Ja, Vielen Dank. Und wenn... Und wenn... ist dieser Keeper... Wunder... und... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ............ wissen das war schon klasse zu spiel böses faul das müsste freistoß geben ich war das spielfeld der abwehrspieler block den ball ab so mindestens eine auswechslung steht bevor das scheint sich festzustehen wenn wir sehen die spieler machen sich da im spielfeld an der eckball war gar nicht so schlecht aber die tue erklärt per faustabwehr kürzen kann er ja jetzt kürzlich was entwickeln und der wandel das war eine glanzparade das war eine hundertprozentige chance die er da vereitelt hat und weg mit dem ball denkt sich der torwart und dann wird es nicht mehr dauern bis der schiedsrichter abpfeift und das spiel ist natürlich schon längst entschieden so jetzt geht es wieder in die andere richtung so den platz hat er wenn er jetzt noch und dann lässt er den ball abklatschen so sie haben mehrere varianten drauf in punkto eckbellen für welche entscheiden sie sich raus mit dem ball nur raus aus dem straffraum das war richtig ja darauf lässt sie aufbauen so ein spiel zum auftakt einer saison da hat alles gepasst hat alles gestimmt so der riefer so Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Jetzt die Augen nur nach, auf den Ball gerichtet. Ah, das ist ein Weltklasse. Jetzt hat er den Platz. Und der Ball rauscht am Pfosten vorbei. Der Trainer wechselt aus. Ja, leicht sind es. Ballverlust und davon profitiert der Gegner. Gute Ballerobung. Aber das hat er schon viel besser gemacht als in dieser Situation. Ja, ich glaube, das war schon richtig ich. Entschieden vom Schiedsrichtergespann, da auf Abseits zu erkennen. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung noch mal ganz deutlich. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Genau richtig gesehen. Da spiele ich den Ball aus, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, das sieht gut aus. Gehalten, aber der Ball ist immer noch heiß. Für den muss er jetzt verwandeln. Zum zweiten Mal zur Stelle. Ja, er schiebt sich der Zeit in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart, dieser Eckball. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Das war's für heute. 5 zu 2 heißt es am Ende. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 ...... 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 absolut spitze da macht ihm keiner was vorhin also der ball scheint ihm förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich und der ball kommt an und das bei der entfernung respekt und das sieht so leicht aus so locker wie der mit dem ball umgeht das war zu schwach keine schwierigkeit für den keeper hier den ball abzuwehren gute aktion ja bloß weg das ding hier mit dem kopf wunderbarer pass deutliche absatzstellung hier und wir schauen uns noch mal die wiederholung dieser absatzstellung hat die situation gut eingeschätzt völlig frei kann er sich da bewegen da geht er jetzt noch ein stück bevor er flankt ball kommt gut hatte das gesehen liebe zuschauer was war denn das für ein ding unglaublich nach den anderen klassen vollstrengt super pass das war ein ganz böses faul und obwohl der spieler da jetzt verletzt am boden liegt gibt es nur freistock hat es fast geht genau in die mauer das war ein klasse kopfball ja zuschauer bislang erst einen treffer gesehen spielstand also logischerweise 1 zu 0 und damit geht es jetzt in die halbzeitpause so von uns aus ganz wieder losgehen hinein in die zweite zeit genau so stellen wir uns das vor er könnte sich was draus entwickeln ja wenn er den ball jetzt noch aufs tor ziehen kann dann wird es recht gefährlich das ist ein weltklasse dribbling also der mann ist ein geld nun wirklich wert ja der ball war im tor aus ganz klar und das muss jetzt abstoß geben super wie sie den ball zurückerobert haben gut gespielt so dass jetzt mehrere möglichkeiten den ball abzuspielen das müsste eine ecke gehen das war eine klasse parade des dohüters guter pass mit viel übersicht gespielt jetzt die augen 0 und er passt ganz genau das ist unglaublich diese technik ein klasse tor und der trainer hat noch gewarnt keine freistöße in der nähe des strafraums sie haben einen her geschenkt und jetzt die quittung dafür ja die ball hat er weggespielt und ab jetzt in die andere richtung schön geklärt souverän hat er dem gegner den ball abgenommen das hat er gut gesehen ja und mit viel gefühl im fuß und dann auch noch genau gepasst ja es könnte sein dass er die situation damit geklärt hat ja und so setzt man hat der ball ist im tor aus logische folge abstoß und zum ersten mal in diesem spiel wechselt der coach aus und das dribbling stammt anscheinend aus dem lehrbuch für den fußball sport ein brutales faul ich weiß nicht warum der schiedsrichter das nicht geahndet hat und mit solch langen bällen kann man auch mal eine ganze abwehr aushebeln jetzt muss die abwehr aufpassen ja ein schöner pass das wird gefährlich und das ist schon souverän wie sie hinten in der abwehr stehen ja der ball war nicht nur lang sondern auch genau gespielt ja das kopfballspiel das beherrscht er wie aus dem lehrbuch keine karte okay aber freistoß muss er natürlich geben nach dieser grätsche die verteidigung und aufmerksam sicher pariert vom torhüter keine nachschusschance für den gegner ganz gut gesehen vom verteidiger so jetzt kommen sie über den flugel jetzt müsste er eigentlich schon ja den muss er als guter torhüter auch haben ja erst mal raus hinten mit dem ding und da sieht man in der mannschaft stimmen solche pässe die schauen wir uns gerne das war für jeder sichtliche im stadion klares faul und das muss die gelbe karte ja unterschied sich da verhängt diese gelbe karte völlig zurecht das ist verwandlung nummer zwei hoffentlich geht das nicht so weiter ja mit dem wechsel musste man eigentlich rechnen und der neue man hat jetzt die gelegenheit ein paar akzente zu setzen ja so wünscht sich dass jeder trainer gibt keinen vorwurf kann man beiden mannschaften nicht machen sie haben beide auf sieg gespielt aber das ergebnis am ende schiedlich friedlich unentschieden eins zu eins ja 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 Vielen Dank. 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 Und jetzt hat er das Tor erzielt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Eine tolle Parade des Keepers. Ja, was macht der Stürmer hat. Mit dieser Chance. Und sie wird erzielt. Absolut. Erzielt. Leichtfertiger Ballverlust in der eigenen Hälfte. Ja, Rüde ist faul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Tja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ja, gut rausgeköpft. Ja, in diesem Schuss nutzt er die H-Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ja, das ist ja ein Weltklasse-Trip. Ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Ja, und wer so im Strafraum in den Zweikampf geht, der darf sich über den Elfmeterpfiff nicht beklagen. Plach platziert. Ja, besser geht's ja kaum. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, und das Tackling war schlecht betimed, deswegen die Entscheidung korrekt. Und jetzt muss er schießen. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Und ab geht's in die andere Richtung. Nur ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften ganz kurz vor dem Ende der ersten Abzeit. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampf. Jetzt wird's gefährlich. Das ist der Halbzeitpfiff und mit einem 1 zu 1 gehen wir hier in die Pause. Was für eine erste Halbzeit. Beide Mannschaften haben sich hier einige großartige Torchancen erarbeitet. Aber bis jetzt ist nicht viel Zählbares dabei herausgekommen. Also, das ist nicht viel Zählbares dabei. Aber das ist nicht viel Zählbares dabei. Das ist nicht viel Zählbares dabei. wir sind gespannt darauf was die zweite abzeit bringen wird so wie sie bereits zur zweiten abseits schiedsrichter aus spieler sind alle da auf geht's erstklassiges zu spielen hat er ist gut er ist lang und er kommt er läuft auf das tor zu das sieht eigentlich gut aus ja auch das hat der torwart souverän gemacht er hat das talent er hat die technik er weiß wie man es macht ja und mit so einem langen zu spiel wenn es ankommt da kann man die gesamte abwehr aushebeln da gehört schon eine portion mut dazu sich in diesen ball noch hineinzuwerfen werfen mit der brust sehr gut und da ist der ball weg und vielleicht macht er es ganz alleine jetzt müsste die flanke kommen die flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen dann wäre es glaube ich schwieriger geworden und da ist Mon casa andere das Outside ich habe einen da aufhang File ich habe ihn nicht sichervision zu können auch mal Elemente ich habe ihn an dass der Kerse der renner gerne junge der passt genau wir schauen sie mal was da auf den tribünen los ist darauf haben die fans doch gewartet auf so ein schönes tor also der braucht zwar viele gelegenheiten aber irgendwann bringt er den ball da doch irgendwie tor unter super pass also der ball scheint ihn förmlich am fuß zu kleben das ist unglaublich so jetzt warten sie in der mitte auf seine hereingabe und jetzt bin sie mit viel druck nach vorne unglaublich reflex von keeper und es gibt die erste auswechslung des trainers in dieser partie überhaupt auch da sieht man mal was dieser torhüter drauf hat ganz sicher nimmt er diesen ball auf und damit sorgt der keeper erstmal für befreiung super gemacht hat er schon überhaupt kein zweikampf und setzt sich durch in dieser situation so Und jetzt müssen sie schnell umschalten, von Defensive auf Offensive. Und das ist Abseits. Und wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Der Trainer wechselt aus. Guter Spielzug. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. Ja, und da verhindert er den Ausgleich. Ja. Und bitteschön, Paul. Oh, was für eine enge Entscheidung. Der Schiedsrichter gibt hier nur Freistoß. Da haben sie aber Glück gehabt. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Richtige Entscheidung. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Ja, der Ball kommt weit. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. So, das war's. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat weiter nachspielen lassen. Es wurde verdammt knapp. Aber am Ende haben sie so gerade eben noch gewonnen. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Beyer. Tschüss. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht提 cần. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht erstellt vote und das 대표 besagt. Und ich glaube, sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht hat ungefähr. Vielen Dank. 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 Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Klasse Zuspiel. Klasse Zuspiel. Ja, das war ein Klasse-Tor. Ja, so kennen wir das von ihm aus vielen anderen Spielen. Ja, das war ein Klasse. Ein langes Zuspiel. Ein langes Zuspieler. Und das war ein Klasse-Tor. Das war ein Klasse-Tor. Ja, das war ein Klasse-Tor. Und das war ein Klasse-Tor. Ja, das war ein Klasse-Tor. Ja, das war ein Klasse-Tor. Oh, das müssen wir uns noch ein Klasse-Tor. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. So eine gelegt und der geht rein und jetzt sind natürlich die Fans außer Rand und Band. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse-Tor. Also wenn sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen sie schon sehr optimistisch sein. Beide nach vorne gepasst. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und jetzt muss er schießen. Ja, und der ist noch im Spiel. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Toll. Ich verstehe ja, dass nicht jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Und so soll das aussehen. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt Abseits oder nicht? Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Oh, da hätte er sich... Der geht in die Mauer. Und da hat er per Kopfball geklärt. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Achtung, jetzt brennt's. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Ah, das ist weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und das hat er wirklich klasse gemacht. Er tue ihn doch ohne jeden Schuss. Nach den ersten 45 Minuten steht es 3 zu 0. So, von uns aus kann's wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Ja, wenn das kein klarer Freistoß war, dann weiß ich's auch nicht mehr. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Das hat er gut gesehen. Gut, per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Leerbuch. Im letzten Augenblick. Sie ab, Junge. Es gibt Abstoß. So, Abstoß ist erfolgt. Also wenn's ne Chance gibt zum Konter, dann jetzt. As Willi. Egal. Abstoß. So. So, wenn du hier mal kriegst. So, ich bin hier. banter dreide. So. 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 der ball war im tor aus ganz klar und das muss jetzt abstoß geben jetzt hat der trainer einige umstellung vorgenommen der keeper will damit das flügelspiel der eigenen mannschaft forcieren das ist ja nicht zu fassen alle drei unterteichen scheinen dieses gut da müssen wir den stürmer kritisieren und den torhüter loben also wie er dennoch hält weltklasse da gefällt dem trainer ja das war ja eine glanzparade des torhüters manchen torhütern ist das ja sogar ganz recht dass sie ständig was zu tun bekommen ja und solche bälle zeichnen die augen nur noch hatte man das war eine gute gelegenheit ein weiterer frischer spieler auf dem feld damit der zweite wächsleute der ball kommt weit und jetzt bietet sich die gelegenheit hier schnell einen angriff zu indizieren und jetzt hat der trainer seit wechselkontingent voll ausgeschöpft hat drei frische spieler richtig so ein brutales faul nicht das erste in dieser über hart geführten partie das kopfballspiel das hat da drauf ohne frage so und jetzt nach dem ball hat er die möglichkeit ja wenn der gegner den ball so leichtfertig verliert dann nimmt ihn halt die andere mannschaft und er findet den freien mann und das passt zur tagesform dieses torhüters erscheint dort fast alles zu halten also wenn sie diesen torhüter heute überwinden wollen müssen sie sich was einfallen lassen und weg mit dem ball denkt sich der torwart klasse kopfball da der mann kann hohe bälle schlagen das war abseits die wiederholung zeigt deutlich das war schon korrekt entschieden das sieht der trainer gerne das ist ein schuss oder haben sie glück gehabt hinten in der abwehr es ist oft so wer im fußball solche chancen auslässt der wird meistens bestraft super pass ja das war ein klasse kopfball jetzt kommen jetzt kommen die muss er doch eigentlich verwandeln ja ich kann mir nicht vorstellen dass der schiedsrichter da lange zögert er wird ja auch der schiedsrichter verhängt diese gelbe karte völlig zurecht und der schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüben attack ein schuss jetzt nach dem anderen auf sein tor jetzt kommt es vor allem auf den keeper an ja jetzt wird es für die einen aber langsam peinlich schon wieder ein tor was für ein tor was für ein tolles tor und das war ein fantastisches tor aber was war das auch für ein eckball der da reingeflogen kam ja wie er den ball da weiterleitet sofort das sieht schon gut aus unglaublich wie gut die da hinten stehen perfekte disziplin perfekte organisation ja schön in die offensive per kopf weitergeleitet und damit haben sie sich den ball zurückerobert ja klasse kontermöglichkeit jetzt und jetzt muss der trainer reagieren bringt einen frischen spieler auf den platz und es gab ja die eine oder andere unterbrechung in dieser partie deswegen drei minuten nach spielzeit so jetzt wird es gefährlich ja das war nicht ungefährlich besser ist es da auf nummer sicher zu gehen und den ball erstmal rauszuschlagen rauszuschlagen erstklassiges zuspiel mein liebermann wer hätte das gedacht sie haben 4 zu 0 gewonnen zumindest in der höhe doch sehr überraschend aber wir können keinen auf seite wir können die Vielen Dank. 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 Wahnsinn. Vielen Dank. Die ... 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